und damit begrüße ich euch zurück zu seinem neuen Part von Luigi's Mansion 2 Darkmoon wir stecken immer noch in der Mission A4 und ich habe den Namen der Mission vergessen, dann kann ich jetzt vielleicht hier nochmal nachgucken ja genau, Druck und Täuschung und hier geht es darum, ja, ähm versteckte Objekte wiederzufinden, die wohl von so einem lustigen irgendwas geist, keine Ahnung was hier so oh, äh, schon wieder, können Drecksfedermäuser, lass mich in Ruhe die können hier durch die, durch die Wand, durch das Haus gehen durch die Wand, besser gesagt aber wenigstens im Kreis gehe ich nur und greift mich nicht an, gut also, wie gesagt, wir haben hier so eine lustige Düsterlampe, ne, nicht Düsterlampe, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Ding heißt diese Lampen hier auf jeden Fall gefunden äh, ja, und unsere Aufgabe besteht jetzt darin, ähm oh, schönes Glockenspiel, süß ähm, ja, wie gesagt, äh, versteckte Objekte wiederzufinden okay, hier scheint wohl irgendwas in der Küche abzugehen mal gucken von einem anderen Fenster äh, hier ja, ich glaube, hier geht's mal wieder ab die Geister hier, die haben wohl wieder Bock hier zu fighten, wie mir scheint äh, was bringt's denn Fisch auszurollen naja, gut, wollen die etwa Fisch zum Abendbrot essen, naja, wenn sie meinen ja, gut, ich würd sagen, dann gehen wir mal hier rein wir haben ja einen Schlüssel von der Kitschstatue bekommen Küche ich seh doch, dass ihr hier seid ach, ich wusste es doch ihr könnt euch nicht vor mir verstecken und auch nicht diese anderen Dinger hier diese komischen, blauen, was weiß ich was, Geister und schon der nächste ja, dann greifen wir an und tschüss jetzt der erste Treffer durch den Geist aber das lag jetzt auch nur daran da ich den, äh, dass ich da so nah von dem anderen Geist weggedrängt wurde und ein Herz na, umso besser ja, aber das muss man jetzt merken der sechste Part boah, hier auch nochmal viele Herzen und der erste Treffer durch den Geist aber gut, vielleicht wird's ja jetzt schwieriger ist das ein neuerer Edelstein ne, ich hab, das ist der gleiche wie vorher, oder? ja, doch, müsste derselbe sein, ne? ja, ist derselbe, okay dann brauch ich den nicht mehr so, hier kommen wir wieder nach oben in den Speisesaal oder soll ich erstmal in die Bibliothek na, ne, ich hab irgendwie Bock erst nochmal da hin zu gehen ich ehrlich bin so, hier über den Speiseaufzug nochmal nach oben hier geht auch wieder irgendwas ab aber dann, wenn ich den noch fange dann ist es doch wohl schon zu Ende, oder? ja, ne, möchte ich ja nicht ich will ja vorher noch irgendwie oder ist es jetzt abgehauen keine Ahnung ich hoffe, dass das Kapitel sich jetzt nicht zu Ende also sich nicht beendet na, komm her ich glaub, das sieht nicht gut aus tja hat wohl was nicht geklappt kleiner Boohoo ich muss glaub ich jetzt diesen Boohoo jagen was wird das? ach so ich kann den nicht so lange aktivieren ha so, und mach's gut äh okay oh, einfach mal so reinstopfen okay ja, das war unser erster Boohoo den wir hier gejagt haben bitte, dass mich in Ruhe hier geht oh nein ich will nicht drangehen ich will nicht drangehen jetzt wird die Mission bestimmt zu Ende sein und ich hab noch nicht alle Christ, äh Edelsteine mindestens einer fehlt noch weil nicht sogar zwei alles noch dran, Luigi alle Wetter ein Boohoo hier im Nachtschattental zum Glück hast du die Düsterlampe sonst wäre es dir noch übel ergangen ich hol dich lieber schnell hierher zurück festhalten nein ich will nicht zurück ah, toll ja, das ist jetzt super das ist jetzt super gelaufen, würde ich sagen ja, das schreien natürlich nach einem Cut wo ich jetzt nach diesen Klunkern suchen darf zwei Sterne rang und ein Boohoo gefangen ja, mindestens zwei fehlen mir noch bestimmt ja, wenn ihr das hier unten sehen könnt da fehlen mir noch mindestens zwei naja, und die darf ich jetzt gleich suchen danke Igitt kann er mir nicht die Wahl stellen ob ich zurück will oder nicht naja, gut müssen wir so akzeptieren obwohl ich es trotzdem blöd finde naja, was soll's herrlich, ich bin froh, dass meine Düsterlampe so prächtig funktioniert ja ja, 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 ja ja, Juwel, Juwel neuen Geist zwei Wunzen und den Boohoo ding hä, wirrwarturm freigespielt ein Turm voller Trubbeltricks und Tücken erwartet dich in deinem und deine Freunde wandel ihn in meinem Unterschlupf wähl ihn in meinem Unterschlupf an ach, ich glaube, das ist der Mehrspielermodus, oder? naja, gut, das ist dann aber für mich jetzt noch nicht so relevant ein Boohoo in der Gruselvilla überaus besorgniserregend wo Boohoo sind, gibt es immer Ärger besonders wenn sie in Rodel unterwegs sind solltest du jemals wieder einen sehen dann fang ihn sofort ein unten im Gitzspeicher steht ein besonderer Behälter speziell für Boohoo's und ich kann dir sagen das Ding beschert mir immer nur Kummer allein die Reinigung ist jede äh, Momentchen, das Paraskop meldet sich irgendwas stimmt nicht, Luigi die Signale aus der Gruselvilla sind stärker geworden und ah, jetzt muss ich wieder Kopf rechnen gibst du mir eine Sekunde? ja, die kannst du dir erstmal nehmen weil ich jetzt erstmal, ähm in Druck und Täuschung die oh, und ich glaube mal jetzt wissen wir auch, was es hier mit auf sich hat es geht natürlich noch darum die Boohoo's zu finden in den drei vorherigen das werde ich auch gleich tun mit also, wir sehen uns dann bei den verschiedenen Dingen und ich denke mal wenn ich das gemacht habe wird der Part dann schon zu Ende sein aber gut okay, wir sehen uns dann gleich bei den beiden Edelsteinen so, zuerst einmal gibt es natürlich hier auch noch eine Tür äh, die noch, äh, ja aufzumachen ist wo noch etwas Verstecktes ist naja gut, so versteckt ist es nicht aber, also es ist noch kein, äh, Ball Klonke, aber das ist zumindest eine schöne Abkürzung hier so, denn hier schalten wir erstmal den Grill an äh, ja und merken dann erstmal, glaube ich dass wir hier nicht weiterkommen nur, dass diese hier verbrennen aber eigentlich soll es hier irgendwas kommen äh, ja gut, dann ähm äh, ja ich glaube dann sind wir hier dennoch falsch äh ja gut, dann muss ich erstmal unten lang naja okay ist ja auch kein großer Akt wird auch kein großer Akt sein gut, ähm ich merke hier ist was falsch eingestellt so, so ist besser so das sind einfach nur zwei lustige, ähm Klunkerchen die eigentlich nicht so schwer versteckt sind an einem war ich sogar auch ziemlich in der Nähe na, dass wir nochmal den ganzen Schlüssel hier holen hey hey oh, da ist noch einer haha ne, du kommst schön mit die Szene kennen wir jetzt auch schon so, hier Innenhof, genau hier wollte ich hin na, die Tür darf ich gleich nochmal öffnen aber gut so vielleicht habt ihr es jetzt gesehen durch den Blitz hier ist tatsächlich eine Tür äh egal ich sag jetzt so nix mehr und zwar kann man die freilegen mit dem, äh mit diesem neuen Licht und das habe ich natürlich nicht getan dabei hätte mir das eigentlich schon bewusst werden müssen jetzt aber naja gut gut und was befindet sich hier wir sind unter halb der Treppe OMG so, das sieht schon besser aus vier Goldbarren haha so hier können wir nochmal rein und sind dann hier unter also hinter diesem ähm hinter dem, äh Aquarium und natürlich ist das Ding hier oben auch ein Stern oder ein Juwel und zwar in Form eines Sterns wenn man als Sternjuwel bezeichnen haha aber gut so und das andere da brauche ich auch nicht viel na gut ich darf dazu nochmal drei Geister besiegen aber das ist auch nicht so schwer das liegt nur daran dass ich ach ja vorhin noch den Schlüssel holen das liegt nur daran dass ich vorhin den falschen Weg gegangen bin ja gut das war jetzt auch okay weil ich hätte nämlich nicht hochgehen sollen sondern erstmal nach links in die Bibliothek und nicht direkt hoch in den Speisesaal naja gut das kann man ja nicht wissen oder erahnen ich dachte in der Bibliothek wäre was weil da ja schon ein anderer Bossfight war naja gut kann man nichts dran machen kann man nichts dran machen was ich auch noch herausgefunden habe zeige ich euch auch gleich nachdem ich diese ganzen Herzen hier mitgenommen habe so der ist ja ein leichtes Ding und zwar kann man mit dem Licht hier auch die hier da ablenken das muss ich aber ausweichen na toll ich bleibe aber lieber bei der Technik geht die an die kommen zu lassen na greif an geht doch ich finde das ist einfacher irgendwie ich weiß nicht vielleicht mache ich es auch noch falsch jetzt überlegt auf einmal richtig viele Herzen bei den Geistern naja naja und wo ist der letzte der wird auch hier irgendwo da naja einfach nur unnötig ich hätte die Herzen später nehmen sollen jetzt der Knochen auf einmal da okay ich glaube der hat mehrere Orte wo man die Knochen finden kann keine Herzen naja gut so hier befindet sich der letzte Klunker in der Bibliothek fällt euch das auf? nein jetzt auch nicht aber irgendwo soll hier was sein was nicht so ist ah hier seht ihr es ich sehe es hier hier fehlt der Globus muss ich mal warten ich muss jetzt den genau finden so geht doch dann den zum Drehen bringen achso wegschießen und dann bekommt man zum ovalen Juwel gut dann sehen wir uns gleich das sind nämlich die einzigen die wir hier finden können dann sehen wir uns gleich bei den beiden den drei Bohus in den vergangenen Leveln bis gleich so der erste Geist befindet sich hier in der Garage vielleicht habt ihr es schon gesehen hier fehlt nämlich ein Rad oder muss erstmal dieser Staubhaufen weg da ganz einfach versteckt eigentlich und da befindet sich der Boo na bereite mir ne flotte Sohle aufs Parkett zu legen let's dance Boogie Woogie aha bist du da auf dem RTL Trip oder naja gut fangen wir mal nicht nach wow hat gerade noch so geklappt aber jetzt kriege ich den wohl nicht mehr oder ne na wo bist du denn Boogie Woogie da alter das finde ich den nicht mehr oder was alter geht doch 20 und reicht das nein das reicht natürlich nicht sofort wieder anleuchten und dann bist du jetzt tot komischer Boo wie das aussieht die da einzusaugen gut das wäre der erste toll die Welt kann froh sein dass du diesen bleichen Malone gefangen hast Boo wenn man ihr Versteck findet und jeder ist anders auch wenn sie alle gleich aussehen schnapp sie dir alle sonst schließen sie sich noch zusammen und das mein Lieber wäre verhängnisvoll ja gut dann hätten wir das hier wir sehen uns in Mission 2 so im Garteneingang befindet sich der Boo des Level A2 man sieht es hier am Schatten da fehlt hier nämlich ein Tisch und hier befindet sich dann der Boo ich bin nicht umsonst der Spitzbube aha ja also tolle Witze haben die alle nicht drauf äh wo bist du denn da hab ich dich so und ich werde euch auch noch nach diesem äh also wenn ich es nämlich abgeschlossen habe wieder also wieder aufnehmen werden dann erst gleich zum dritten Boo übergehen äh denn da wird was passieren ähm ja was ist wert ist aufzunehmen und ist der Boo schon wieder irgendwo da ich hatte den doch mag ich auch nicht geht doch so und mach's gut Spitzbube hm oh wie ich denn den mal aufsackt das find ich so geil gut dann sehen wir uns gleich wenn ich das Level abgeschlossen habe so damit wäre diese Mission auch endlich abgeschlossen ähm und wir können jetzt unsere Belohnung sozusagen abholen weil es wird ja nicht so sein dass wir jetzt eine nächste Stufe erreicht haben was das Geld sammeln anbelangt ja meine Leistung war toll ich weiß trotzdem nur ein 2 Sterne Rang naja egal hier nochmal der Boo ums zu sehen so aber jetzt wollen wir sehen was wir noch bekommen wenn man 4000 Reichtümer gesammelt hat also Reichtümer wäre schon 4000 so hört sich's besser an weil da wird es ja wohl auch was geben und das sollte er natürlich auch sehen und damit ihr nicht denkt wenn ich jetzt bei dem nächsten Boo Google ich noch bin in A3 warum ich auf einmal irgendeine erweiterte Fähigkeit habe soll ja alles transparent sein bravore ist Luigi ich hatte mich da ach ja stimmt der erzählt ja den gleichen Text wie sonst auch wenn wir die Mission fertig geschlossen haben ja mit den Zahnrädern toll kann ich überspringen wir kennen den ganzen Shit ja schon und ich kann jetzt nicht Start drücken ums zu überspringen weil sonst würden wir das ja nicht sehen und das wollen wir ja sehen deshalb sehen wir es jetzt ja der neue Geist toll wo ich ihn eigentlich schon habe der Boo und neuer neues Extra oh das ist natürlich eine gute Sache Düsterlampe verbessert Düsterlampen Sensor äh Düsterlampen Isolation jetzt überhitzt deine Lampe nicht mehr so schnell toll oder ja ja das finde ich doch sehr gut weil das hat mich ein bisschen gestört im Moment an dieser Düsterlampe dass die ganz schnell irgendwie aufgehört hat gleich mehrere neue ja 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 gut also dann sehen wir uns gleich noch in der Mission A3 bei dem Boo bis gleich ich denke ich muss euch nicht sagen was hier fehlt oder ja man sieht es schon hier fehlt das Stativ äh ok wenn man das jetzt nicht funktioniert dann muss ich jetzt das Tuch abnehmen wahrscheinlich muss ich jetzt das Tuch hier abziehen na dann machen wir das mal eben ja so so dann halt wieder die ganzen komischen Partikel hier einsammeln und da kommt der Boo 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 holla ich bin Boo Boo wer bist du man sieht ihn sogar im Spiegel oh Gott naja gut aber das hat den Boo ist halt so an sich schon immer boah weil der trotzdem noch einen äh der trotzdem noch überlebt naja gut wie viel mit vier naja gut dann halt nochmal eine reinhauen in seine Zunge ziehen und dann können wir ihn uns einsaugen oh yeah und damit hätten wir auch den Boo von A4 wir sehen uns gleich wieder dann äh wenn ich das Kapitel abgeschlossen habe ich weiß glaube ich nicht ich denke mal nein wobei äh ich denke mal wir sind schon mit der Zeit fortgeschritten ich denke mal ich kann euch jetzt schon mal ähm verabschieden ich hoffe der Bad hat euch gefallen das war ja mal ein bisschen ja ich muss das fast schon sagen etwas langweiliger gut wir hatten das erste Kapitel noch zu Ende also das A4 war es glaube ich zu Ende gebracht das war zwar ja ganz lustig aber naja komm ich denke mal ich denke mal das passt doch schon besser ich bedanke mich für's Zuschauen ich hoffe der Bad hat euch gefallen und ja das ist eine gute Neuerung diese Düsterlampe das muss ich so sagen also ich hoffe ihr schaltet auch beim nächsten Part wieder ein von Luigi's Mansion 2 es ist ja richtig lustig cool dass der Knochen schickt und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bis dann und schütz nächst bis dann ist ja toll bei uns sie ja wir bis dann bis dann wir